so hallo leute und willkommen zurück zum nächsten episode von fcox let's play hier machen wir weiter mit king karp hier wird das ein können beweisen es wird eigentlich schon geflogen und dann natürlich nichts aus wie geil ist das denn aber ich habe schon die hälfte der energie verloren fast dreiviertel sogar das ist sehr uncool aber es wird wieder you got boost power ja flieg schön weit silber nielsen aber das war episch oder so wie hier ja ja das war jetzt zu viel turbo drin leider gottes 3 2 1 also da müsst ihr schon im auge behalten und gucken wohin ihr auch hier fährt ne das kann auch schlimme folgen haben ja verdammt aber egal das macht ja nix weil ich dominiere diese strecke und nicht die anderen 3 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 diesmal hat es jetzt geklappt gott sei dank aber ich habe leider nur ein versuch übrig also muss ich echt aufpassen in den nächsten strecken nun geht es zum silent 2 3 2 1 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 15 5 7 10 10 10 10 10 11 11 11 12 11 12 13 15 15 12 12 13 14 14 15 20 15 15 Also da könnt ihr wieder gerne Daumen hoch geben, für den abgefahrenen Pfad. Nun geht es zum dritten Strecke nach Sektor Beta. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 1, 2, 1. 3, 2, 1. 1, 1, 2, 1. 3, 2, 1. 4, 1, 2, 1. 2, 2, 1. Du kaputt! Verdammt, seid du! Du kaputt! Du kaputt! Go! Fin! Du kaputt! 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 So, nun geht es weiter mit vierten Strecke mit Red Canyon 2. Strecke mit Red Canyon 2 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 Strecke mit Red Canyon 2